Jo, mein Sparköpfe, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's mal wieder, Chris, und in diesem Video möchte ich dir drei Tipps an die Hand geben, die du sofort im Anschluss an dieses Video hier umsetzen kannst, um Geld zu sparen. Viel Spaß dabei! Okay, ich gebe dir jetzt also drei Tipps, die du im Anschluss an dieses Video sofort umsetzen kannst, um Geld zu sparen. Das bedeutet aber nicht, dass du dadurch dann sofort Geld sparst, also sofort sozusagen 15 oder noch mehr Euro in deine Tasche wandern, sondern dass es einfach Dinge sind, die du sofort tun kannst, um dann vielleicht schon morgen oder in nächster Zeit Geld zu sparen. Tipp Nummer 1 habe ich ja einen meiner ersten Videos schon mal gegeben, aber wenn du jetzt vielleicht ein neuer Zuschauer bist, dann wirst du diesen Tipp vielleicht noch nicht kennen, weil du das Video noch nicht gesehen hast. Nehme dir einmal einen Zettel und schreibe auf diesen Zettel die Frage, ist das wirklich notwendig? Und diesen Zettel, den packst du dann in dein Scheinefach von deinem Portemonnaie und immer dann, wenn du eben, ja, dabei bist, Geld auszugeben, wirst du diesen Zettel sehen, erinnert werden an die Frage, ist das wirklich notwendig? Und kannst dich dann eben fragen, okay, ist das jetzt wirklich notwendig oder kaufe ich das jetzt irgendwie in einem Impuls? Vielleicht kennst du das auch, wenn man mal durch die Straßen geht, dann riecht man schön den Duft vom Bäcker und denkt sich, oh, jetzt hätte ich Lust auf eine Streuselschnecke oder ein belegtes Brötchen oder was auch immer. Und dann siehst du eben vielleicht diesen Zettel in deinem Portemonnaie und sagst dir, nein, ich brauche das jetzt nicht, das ist gerade nur so ein Affekt, ein Impuls, ich gehe jetzt weiter und kaufe nicht. Tipp Nummer 2 habe ich auch schon mal in einem Video genannt, werde ich jetzt aber noch erweitern. Zahle möglichst alle Ausgaben in bar, die du vor allem so in deinem Alltag tätigen kannst, also irgendwelche Snacks, Einkäufe und so weiter, alle in bar tätigen und vor allem verbanne Kleingeld aus deinem Portemonnaie, sondern pack nur noch Scheine hinein. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Bei mir ist es so, wenn ich dabei bin oder gezwungen bin sozusagen, einen Schein auszugeben, zum Beispiel einen 20-Euro-Schein für eine Ausgabe von 1,50 oder 2 Euro, dann ist es bei mir so, dass ich mir sage, oh nee, den 20er möchte ich jetzt dafür nicht anreißen. Vielleicht kennst du diese Situation und deswegen ist mein Tipp an dich, trage nur noch Scheine bei dir herum und meine Empfehlung wäre ab 20 Euro, also noch 20, 50er, vielleicht sogar 100er mit dir rumzutragen, wenn für dich auch 5 oder 10 Euro schon Scheine sind, wo du dir sagst, ja, die gebe ich nicht gerne aus, dann kannst du auch gerne die mit dir herumführen. Bei mir ist es irgendwie persönlich so, dass 5er und 10er auch gerne mal schneller aus der Hand gehen als eben 20er. Also befülle dein Portemonnaie mit Schein und dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3. Alles Kleingeld, was du jetzt in deinem Portemonnaie hast, beziehungsweise was du eben in Zukunft dann, wenn du dir mal zum Beispiel einen kleinen Snack kaufst und dann bekommst du etwas Kleingeld zurück, dann wirst du dieses Geld in einem Glas oder in einem Gefäß sammeln über einen bestimmten Zeitraum, 1, 3, 6, vielleicht sogar 12 Monate und nach diesem Zeitraum wirst du dann dieses Geld zählen und entscheiden, was du damit machen möchtest. Möchtest du dieses Geld dann sparen und zum Beispiel auf dein Tagesgeldkonto, das du ja hoffentlich schon jetzt eingerichtet hast, nach meinen Empfehlungen für den finanziellen Schutz eben, damit es dir ja etwas Sicherheit gibt, wenn auch vielleicht mal ja eine größere Anschaffung ansteht, dass du es dann entweder darauf einzahlst oder ob du dir davon etwas gönnst, zum Beispiel mit deiner Familie, deiner Freundin, deiner Frau, deinen Kindern und so weiter. Meine Empfehlung ist dabei, dass du mindestens 50-50 machst, also 50% aus Tagesgeld sparen und 50% dann dir etwas Schönes gönnen von diesem Geld. Und man will gar nicht glauben, was so innerhalb von zum Beispiel 6 oder 12 Monaten so an Kleingeld anfallen kann, wenn man es dann immer am Abend da so reinschmeißt. Solltet ihr das Kleingeld einmal zum Beispiel für einen Parkautomaten brauchen, weil ihr wisst, ihr parkt in einer Gegend, wo es gebührenpflichtig ist, dann nehmt ihr einfach euch das entsprechende Kleingeld hier wieder raus und packt es in euer Portemonnaie. Auch kleinere Scheine wie 10er oder 5er, wenn die euch dann gewechselt wären, dann könnt ihr die natürlich weiter mit euch rumtragen und dann ausgeben. Es geht halt mehr darum, sozusagen eine Barriere zu schaffen, dass man bei so kleinen Ausgaben wie einem Coffee-to-go dann sich sagt, ah, darf ich jetzt die 20 Euro ausgeben? Ne, das mache ich nicht. Okay, und das war es schon mit meinen 3 Schnelltipps, die du jetzt sofort umsetzen kannst im Anschluss an dieses Video und in nächster Zukunft, um Geld zu sparen. Wiederholen wir nochmal ganz kurz. Zettel ins Portemonnaie, ist das wirklich notwendig? Im Scheinefach? Ab heute nur noch dann die Dinge, die du so im Alltag kaufst, wie Lebensmittel und so weiter. Bei größeren Dingen muss es nicht unbedingt sein, aber so bei den kleineren Dingen. Alles in Bar zahlen und nur noch Scheine mit dir herumtragen. Meine Empfehlung, ab 20 Euro aufwärts und dann nämlich drittens die kleinen Münzen aus deinem Geldbeutel zu verbannen. Die sind eh nur schwer und machen das Portemonnaie fett und dick und ist alles nur unhandlich. Die packst du in ein Glas, sparst es über einen gewissen Zeitraum und dann nach diesem gewissen Zeitraum entscheidest du, was du mit diesem Geld machst. Meine Empfehlung, mindestens 50-50, 50% sparen, 50% dir auch mal was gönnen, denn auch das sollten wir immer mal wieder tun, uns belohnen. Das war es für dieses Video, ich hoffe es hat dir gefallen. Schreib mal in die Kommentare, ob du jetzt auch alle Tipps umsetzt, wie du dieses Video fandest, ob es dir gefallen hat. Wenn es so ist, dann gib dem Video auch gerne noch einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schau gerne noch bei sparenmitkopf.de vorbei für meine kostenlose 4-Schritte-Sparformel, wo ich ja eben auch um das von mir angesprochene Tagesgeldkonto mit dem finanziellen Schutz spreche. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf.